herzlich willkommen zurück ja wir haben in den letzten folgen mittlerweile so das ganze grundlagenwissen abgearbeitet das heißt wir wissen jetzt wie man wenn man installiert über die homepage du kannst auch mit dem bitte mal zu ich braucht keiner mehr dann den launcher starten projekteinstellungen fad ändern dann neues projekt erstellen und den ordner öffnen game ordner öffnen und dann die skript datei öffnen so das ist unser spiel und an dieser stelle machen wir jetzt weiter so wir haben bis jetzt einfach nur text wenn bei ist und das ist das was ich persönlich anwendet bei mark super wirklich eigentlich fast idioten sicher weil es ist halt so einfach manche sachen muss man lernen aber das sind ganz wenige sachen die super leicht sind das kriegt man echt nach ein zwei versuchen hat man schon ungefähr raus und man probiert hat einfach so oft bis es funktioniert und hat uns auswendig das ist super simpel da braucht keine angst haben wenn bei passiert auf text das heißt der kern oder die kernkomponente von wenn bei sind diese anführungszeichen zeilen also diese wirklichen reden weil das ist das was wir fast wenn bei immer ein bild ist quasi das heißt wir haben eine teile zeigt eine teile sex sex eine zeile text so macht das mehr sinn und sie steht hier wenn man jetzt rauf klickt geht er einfach so lange weiter bis auf die nächste zeile mit text kommt und hat diese auch wieder an ich mag züge und irgendwann ist er fertig dann geht er wieder zurück return englisch für zurück ins hauptmenü das war's so das heißt wir können jetzt quasi hier einfach sagen okay wir können beliebig viele zeilen hinzufügen hallo hörst du mich wir können jetzt quasi endlos weiter fortführen immer weiter immer weiter aber wir wollen ja nicht noch zumindest zwei sachen haben die sinnvoll wären einmal hat man ja bei meinem projekt gesehen stehen ja ab und zu namen drüber das heißt wenn man es ist ja meist mehrere charaktere man selber alle spieler sagt was und andere personen sagen auch was das heißt man muss personen auseinander halten können und dafür gibt es hier diese character man kann das auch anders machen aber wir machen es jetzt einfach mit der standard sache so wie es uns wenn bei vorgibt mit dem charakter so die ganzen klatschen brauchen wir alles nicht dafür brauchen wir auch nicht alles was wir brauchen ist unser spiel und den charakter diese teile hier wichtig die hat quasi wenn man wenn man noch nicht wirklich weiß was man machen soll dann wäre es am anfang am besten diese zeile einfach zu kopieren so und erklären ist relativ simpel jeder spieler hat ein name das heißt zum beispiel player das sind dann quasi wir und zum beispiel keine ahnung der charakter freund und damit keine gedanken kommt freundin so und die beide sind quasi unsere kürze das heißt das hier ist das wie wir heißen und das ist das wie das spiel uns erkennt das heißt die dinge müssen einmalig sein ja das heißt zum beispiel die das kürzel für player ist einfach p und das kürzel für freundin ist einfach f so jetzt können wir mehrere charaktere haben die freundin heißen wobei ich noch nie mensch gesehen habe der freundin heißt aber ist jetzt anderes thema aber sie dürfen nicht beide als abgekürzt sein das heißt dafür kann ich beliebig wiederholen könnt ihr eigentlich rein schreiben was ihr wollt aber das hier muss immer einmalig sein das heißt wir müssen jetzt hier f2 nehmen oder geht oder geh mal nach hause oder irgendwie sowas so und diese charaktere die können wir jetzt benutzen um hier zu entscheiden wer was sagt das heißt die erste zeile sagen wir der player also p das heißt vor diesem text muss p leerzeichen und dann der eigentliche text kommen das hier sagen wir auch p leerzeichen dann der text und das hier sagt zum beispiel unsere freundin also f leerzeichen text weil ne freundin ist abgekürzt als f das hier unten nehmen wir mal wieder raus das braucht keiner so f und wenn wir jetzt speichern und das ganze ding mal starten ja kasseck so projekt starten tadaa player hallo erstmal züge freundin hallo hörst du mich bam das heißt ab jetzt können wir quasi hier mit mehreren charakteren arbeiten ähm wir können den charakteren hat bei uns schon gesehen wir haben einfach alle jetzt die standardfarbe also die farbe die vorgegeben ist sag ich jetzt mal ähm man kann natürlich auch so wie ich sie auch gemacht habe den andere charaktere geben dazu muss man das hier benutzen wer sich mit dieser schreibweise hier das ist eine farbe ja das sind keine ägyptischen hieroglyphen das ist eine farbe wer weiß was das ist der ist froh der kann das direkt bearbeiten stichwort html tag ähm oder html notation vielmehr also von da ist die zumindest am bekanntesten ähm einfach gesagt ist das eine repräsentation von rgb und wer jetzt schon die hände über den kopf zusammensteht scheiße was zur hölle ist denn rgb keine angst öffnet einfach euren browser gut im protest mit wo ich gerade abgedeckt habe so nutzt die startseite eures vertrauens beispielsweise google oh my god du musst noch google ja problem damit und bei google gibt jetzt einfach ein html farbe und dann zum beispiel die farbe die haben wollt rot html farbe rot so und dann kommt ihr quasi ok hat er sich was funktioniert egal ähm das hier ist das was wir brauchen html das ding öffnen wir also einfach mal und jetzt sieht man hier schon aha das sieht ja so ähnlich aus wie das was wir gehabt haben das ist genau das was wir brauchen das heißt angenommen wir wollen ja zum beispiel unsere freundin ne ist ja mädchen und mädchen ist ja immer rot das heißt wir nehmen jetzt das ding hier das heißt also wir brauchen für freundin freundin brauchen wir ff 0000 ne wie gesagt für die die ein bisschen mehr Ahnung haben ist einfach rot kanal grün kanal blau kanal äh ist eigentlich relativ simpel aber wie gesagt für die die davon gar keine Ahnung haben nutzen einfach google man findet eigentlich alles so und wir als player ja wollen wir grün oder blau sein ich nehme mal grün also 00 ff 00 so also halt da oben weil wie gesagt player 00 ff 00 ich würde auch zur übersichtlichkeit immer mal in den leerteil rein klatschen ne damit man hier nicht so schnell durcheinander kommt damit es einfach ein bisschen übersichtlicher ist so ähm und schon ne das spiel einmal neu starten kleiner tipp man kann auch direkt in dem spiel das spiel neu starten das wäre dann quasi äh shift r aber ähm für die leute die jetzt nicht wissen was shift ist also was bedeutet obwohl eigentlich ich sag mal so was die shift taste sollte jeder wissen das ist das was man groß schreibt ähm wie gesagt shift r kann man das spiel auch mal laden so und jetzt aha wir sind grün hallo ich mag züge und unsere freundin ist rot hallo hörst mich easy bam das soweit erstmal dazu das heißt wir haben immer unseren kürzel diesen kürzel benutzen wir immer wenn wir text schreiben wollen das heißt wir sagen hallo oder aber unsere freundin sagt sagt penis ja bitte was genau so und ähm das wie gesagt einfach entweder aus der datei kopieren ansonsten ansonsten ist es quasi einfach ich will das jetzt eigentlich wirklich erklären weil das zu tiefgreifend wäre man definiert quasi ein ein objekt in dem fall die person den character mit den attributen des namens und der farbe für den die das jetzt nicht verstanden haben wie gesagt einfach kopieren so und damit haben wir quasi das erste schon mal geschafft wir haben jetzt charaktere in unserem spiel so dann kommt nächste folge denn ne das ganze muss ja bunt sein so aber wir sagen das in der nächsten folge bis dann